Definitiv nicht. Ich glaube mit Norma da kann man reden. Scheiße, ich war zu langsam. Alles zeigt dir zu dir, zu mir, zu meinen Menschen. Das macht dich und ich auf die andere Seite des Fenster. Wenn das nicht so wie du siehst, enlighten mich. Hilf mir zu verstehen. Wenn alles gut geht, ich bin froh, dass sie für dich entfernen. Du willst mich wissen? Wir sprechen. Das ist das, was ich gerne zu hören. Wir trinken. Wir trinken. Also erzähl mir, du und Samantha. Wie lange habt ihr alle zusammengefasst? Ich habe dich noch nie gesehen. Aber dann, du könntest du schiefst. Du fühlst dich besser als Samantha. Ich habe gerade Sam gesehen. Wirklich? Und was hat dich auf die Ferie gebracht? Es scheint sehr strange, dass du einfach auf ihn entdeckst. Out da, in der Mitte der Wasser. Es ist einfach ein bisschen schwierig, um mich herumschrauben. Du bist alle da zusammengekommen, in der gleiche Zeit. Was willst du mir sagen? Wir waren in der Nähe, sah die Ferie. Das ist was passiert. Das ist nicht eine Antwort. Du wirst meine Zeit verletzt, mit Fragen zu stellen. Wir werden ein Problem haben. Vielleicht habe ich nicht klar. Der einzige Grund, dass du hier noch sitzt, ist, weil ich habe entschieden, dass du dir erzählst, deine Seite zu sagen. Ich empfehle, dass du zuhörst. Scheiße, wir können das ihr mit dem Boot nicht sagen. Du kannst mir sagen, was ich zu hören wollen. Wie viele von dir sind da draußen? Ich muss wissen, wer mit dir ist. Kann nicht auf die Incomplettung nicht informieren. Es ist niemand anderes. Hm. Das ist interessant. Und Komplett Buhlshit. Okay, dann. Ich weiß, wie das ganze Ding muss für dich sein. Ich will die anderen nicht verraten. Und warm. Das ist nicht die erste Mal, dass sie das Ding zu jemandem verraten hat. Du hast fast geglaubt sie, nicht wahr? Ja. Sie sagte etwas wie das. See? Ich wusste, sie würde. Sie wurde. Sie hat uns vorgelegt. Sie hat uns vorgelegt. Sie hat uns vorgelegt. Sie hat uns vorgelegt. Sie können sehen, warum ich nur ein bisschen frustriert habe. Ich meine, ich lasse sie weg. Keine consequenten. Und jetzt ist sie von mir wiederholen. Wie soll ich mich daran fühlen? Sie ist nur ein Kind. Was ist das? Sie hat uns vorgelegt. Ja. Sie hat uns vorgelegt. Und du auch. Es gibt eine gute Linie zwischen being generous und being taken advantage of. Jeder bekommt eine zweite Chance. Ich glaube das. Aber nicht eine dritte. Die meisten Leute nehmen sie sich an, wenn du sie lassen. Was ist die Leute auf der Ferie? Kinder, ganze Familien executed? Wie viele Chancen haben sie? Nein, wir haben das nicht gemacht. Die Kinder haben die Kinder, ihre Familien, alle. Und dann haben sie sie. Also, Randall ging da. Gave die Mörderen justice. Und sicher, dass sie nie wieder töten. Das ist das, was wir hier machen. Wir schützen die Leute. Ich bringe die Leute in. Sie sehen, dass sie verabschieden, verabschieden. Was ist das, was Sie nehmen? Wir brauchen die gleichen Dinge, wie jeder macht. Wir verabschieden, wir verabschieden. Das weiß ich nicht. Du tust dem Kind nicht weh, Alter. Du tust dem Kind nicht weh, Alter. Was ist das, was ich da bin? Du tust dem Kind nicht weh, also schadest du dirNI. Was ist das? Scheiße. Geht nicht auf Gregg, was ich für dich gefragt habe? Geh jetzt. Frag ihn. Ich mache nichts für dich. Na ja, wenn du das so fühlst. Wie lange habt ihr beide zusammengefahren? Ein lange Zeit. Wir sind alte Familie. Das ist nicht so wie Michonne sagte. Sie sagte, dass du dich gerade kennst. Niemand ist voll von Schein. Es sieht bestimmt so aus. Er ist nur Angst. Wim B. Die Kinder sind leid. Hey! Okay. Mal versuchen wir wieder. Michonne? Das über deine Leute. Du erinnerst, nicht wahr? Sie wollte wissen, wie viele von uns da sind. Alter! Ja. Ja. Das ist ein kleiner Junge. Ja. 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 Das ist ein kleiner Junge, Mann. Seid ihr völlig gestört, Mann? Ich bring den Typ um. Mir reicht. Ich hab keine Lust mehr auf den. Ehrlich. Er wird sterben. Er wird sterben. Scheiße. Wir mussten es tun. Ja! Schlag mich, Arschloch! Komm! Schlag mich! Verfluchte Scheiße, Mann! Dich töte ich, Arschloch! Du stirbst noch! Du stirbst noch! Ja. Ja. Du hast die Wahrheit gesagt. Ja. Du hast die Wahrheit gesagt. Du hast sie gesagt. Du hast sie gesagt. Du hast sie gesagt. Ich würde es, wenn ich es hatte. Es ist, wenn ich es! Ich sage es! Ich kann es glauben, dass ich mich verletze. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Ich bin mein kleine Brüder. Ich kann mich jetzt sehen. Ich habe nie das gemacht. Ich habe nie das gemacht. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich werde nicht sagen, was hier passiert. Ich bin so. Ich bin so sicher wie die Haare, die Haare ein bisschen verdienstig. Ich weiß sie über den Brüdern. Ich habe sie vorhin, sie töten. Das ist pein. Aber Leute sind es verletze. Nichts? Ja. Ich wusste es so, sie sind. Sie wissen, was sie sind. Sie sind sie immer. Sie sind nicht klar. Sie haben egal, wer wie es was. Ich habe auch noch andere. Leute, die nicht töten, außer sie haben. Ich wünsche sie hier. Ich weiß nicht. Ich sage das über Menschen, aber... Menschen, Familie... Sie sind die einzige Grund, die leben. Was, wenn du nicht das überhaupt hast? Ich lasse sie hinter. Meine Kinder. Ich wusste nicht. Scheiße. Du liefst dir selbst, um zu leben. Also, du fährst weiter. Aber wenn du aufhörst... Michonne! Was haben sie mit dir gemacht? Nur Fragen. Tschüss, Arschloch. Ich habe sie nicht gesehen. Wie spielen wir das? Ja, Michonne. Wie spielen wir das? Ich bin alle Worte. Ein Tag, jetzt. Wirklich. Nichts egal, sie werden dich verletzt. Das ist... ...de höchste Worte, die ich schon gehört habe. Geh das. Komm schon. Zachary? Zachary? Ich habe nur ein paar Fragen. Ich hoffe, dass wir noch die Chance haben, den umzubringen. Ich habe das Bedürfnis, den zu töten. Und irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich... ...hätte die Wahrheit sagen sollen. Aber ich wollte die Leute auf dem Boot nicht verraten. Weil die werden bestimmt zu dem Boot hingesegelt. Ja. 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 Wirklich. Ich bin alle zusammen. Nichts immer. Aber ich habe das. Ich habe das Bedürfnis. Aber ich bin alle. Ich bin alle. Ich bin alle. Sie sind alle. Ich bin alle. Scheiße! Das geht so schnell weg! Wo... 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 Where are the rest of the supplies? The bags with the ammo! Hey! You shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun! I don't know, Zachary. Maybe she does know better than you. Please! No one has to get hurt here! Just because Randall's an asshole doesn't mean you have to be. Hey! You gonna take that, Zachary? I'm not... like him. Prove it. I don't think she's taking you very seriously. Come on! I need a location. Now! That's it! Careful! Don't get too close to her now! Please! We all need to calm down! Okay! Okay! Just take a deep breath, okay? Talk to us. I'll stay calm. If you do. Hey! Who's in charge here? You or her? Huh? Give me an answer to this. You can't. Say, please no. No no no. No no! Bitte ned. Nein! Bitte ned! Oh nein! Was? Ich hab... Was? Ich hab... Ich hab... Nein, 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 Craig. Sam. Fuck. Ich kann nicht! Wir müssen das raus! Wir müssen ihm helfen! Fuck. Sam. Oh Gott. Craig. Oh Gott. Möge Dich, Craig. Oh Gott. Okay. Wir legen ihn erst mal hin. Komm, 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 aufheben, komm. Er hat ihn einfach angelegt. Was will he do without you? Not if... not if I could hear him. No, you are. You are, Greg. Please hang up. Fuck. He's gone. He's going to turn, Sam. He's going to, he's going to become one of them. I'm so sorry, Sam. Oh, God. Wir müssen ihn. I can't. Doch, du kannst. I can't. I just need another second. Please. Nee, er wird zu schnell verwandeln. Nein. I can't. Es muss sein. I can't let you go yet. Greg, Greg. I love you. I know it looks like your brother, but it's not him. Not anymore. I just need more time. Greg, please. Okay. Wir nehmen den Schraubenzieher. Hold him down. Es muss gemacht werden. Es tut mir leid. Es muss sein. Es ist ja nur eine Fehlerei. Also nicht mehr Zeit. Ja. Ja. Es tut mir leid, kleinere. Nicht schießne. Nein. Nein. Hör auf. Fuck. Okay. Das ist keine Lösung. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Lass es. Ich hab dich gerade beschützt. Wenn du uns jetzt nicht hilfst, Arschloch. Ja. 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 Wir haben alle Dämonen, honey. Und ich habe ein paar Scheiße gemacht in meinem Zeitpunkt gesehen. Aber du? Du bist ein ganz anderes Tier. Ich habe es gesehen, in deinen Augen zu sehen. Du bist ein Kieller. Das ist das, was du machst. Du wirst nicht wissen, was ich tun kann. Okay, also wir können jetzt meine Entscheidung sehen und können auch bei Episode 1 sehen, wie sich andere Spieler, ja, wie sich andere Spieler verhalten haben. Du und 67% haben versucht, es zu beenden, also die Waffe runtergenommen. Wie bist du auf die verlassene Fähre gekommen? Du und 71% der Spieler stiegen die Leiter hoch. Wäre interessant gewesen zu sehen, was passiert, wenn wir durchs Fenster steigen. Hast du Randall im Lagerhaus aufgelauert? Du und 42% der Spieler blieben cool. Ich glaube, das war auch die bessere Entscheidung, cool zu bleiben, weil wir hätten wohl keine Chance gehabt. Hast du Craig an Norma verraten? Du und 57% der Spieler teilten die Schuld mit Craig. Ja. Es sind Kinder nun mal und warum sollte ich die verpetzen, damit er die umbringt? Okay, er ist im Endeffekt trotzdem gestorben, aber scheiß drauf. Hast du Sam, Zachary erschießen lassen? Du und 82% der Spieler haben Zacharies Leben verschont. Und ich glaube natürlich, es war die beste Entscheidung, sein Leben zu verschonen, weil es hätte nichts gebracht. Die Kleine hätte Schuldgefühle gehabt und eine weitere Leiche, die wir auf dem Gewissen gehabt hätten. Es hätte nichts gebracht und ich war dafür, dass sie ihn nicht umbringt. Ja, das war Episode 1 von The Walking Dead Michonne. Also es war echt spannend. Ich hätte gern gewusst, was passiert, wenn wir Norma die Wahrheit gesagt hätten. Aber ich glaube, das hätte nicht wirklich viel gebracht. Ich wollte auch die Kids nicht verraten, ehrlich gesagt. Und in jeder Lüge steckt auch immer ein Fünschen Wahrheit. Und ich glaube, es war das Beste, wie wir uns entschieden haben. Und es war schon gut so. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten Folgen weitergehen. Bin ich mega gespannt. Die nächsten Episoden freue ich mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.